Leute, ich habe mir heute wirklich den heftigsten Troll überlegt. Und zwar haben wir heute Fake-Emerald-Blöcke. Und ich habe vor, mit Ente seine Emeralds zu tauschen. Er gibt mir seine echten Emeralds und ich ihm dafür 64 Emerald-Fake-Blöcke. Let's go! Hey Leute, was geht? Ich bin einfach, wie ich bin heute? Lucky-Block, mein neues mit Ente! Was geht? Was geht? Guck in den Shop, wir haben ein neues Update. Wir haben einen neuen Lucky-Block. Lucky-Block-Apple. Bist du gespannt, Ente? Ja, ich hoffe, den. Ich will mir auch Femmes und Emeralds haben wir auch im Shop. Und Battle-Wars, Lucky-Block. Als Comeback haben wir auch wieder im Shop. Ich bin bereit. Let's go! Let's go! Was passiert? Ist aber der Knall. Nee, doch nicht. Okay, ich dachte einfach, eins. Hättest du mal das Belöcke gespawnt? Ja, guck mal, wie hier die Brunnen aussehen. Endlich mal ein anderer Brunnen. Es gab noch nie einen anderen Brunnen. Ja, wie kreativ. So ein Holzbaum. Apple-Lucky-Block. Ich dachte zuerst, es wäre so mit iPhone und so, aber nein. Aber Ente, was geht? Was hast du heute gegessen? Nicht ausdenken, Wahrheit sagen. Ja, ja, wirklich? Ja, ehrlich. Oh, ich habe noch gar nicht so viel gegessen. Ich bin auch eigentlich richtig hungrig. Ich werde nach der Aufnahme schicken Nuggets essen, glaube ich. Ich bin mir leid, Ente. Doch, ich habe Hunger. Wirklich. Okay. Ich gucke mal, was sich hier so aus dem neuen Lucky-Block rauskriegt. Leute, lasst unbedingt ein Lack, wenn ihr mehr Lucky-Block-Bet-Wars wollt. Mons-Bet-Wars kommt ja auch bei euch richtig gut an und alles. Wir versuchen immer alles zu bringen. Nein, was geht hier jetzt ab? Warum kommen jetzt Lucky-Bobs? Was geht? Warum sind hier so viele? Nein, der greift mir nicht an. Hör auf, ich habe keine Ahnung. Jungs, so viele. Okay, die sind nicht so stark, wie ich dachte. Ey, noch ein Baby. Hör auf. Jungs, die haben einen Beton-Block zerstört. Wie? Was? Warte. Jetzt greift er mich an. Komm her. Jungs, sie sind so stark, Mann. Hab ihn. Jungs, die haben auch neue Sachen gedroppt. Goldrüstung. Ja, kann ich so lange nehmen. Und das Schwert hatte ich noch nicht. Elster-Sort. Okay, sieht krass aus. Haben die elf nächsten Äpfel. Holz. Okay, nice. Echter Apfel. Zeig. Lol. Ja, aber, lol. Ich dachte, das wäre ein echter Apfel. Schade. Kann man nicht essen. Was geht? Hier kommt irgendwas runtergefallen. Emerald-Block. Lol. Herr damit. Oha. Emerald-Ohr. Nur ein Stück oder noch mehr. Hier ist gerade so ein ganzes Regen voll mit Ohr. Okay, ich habe insgesamt zwei Stück bekommen. Ne, drei sogar. Komm, mach mir die mit Glücksspitzhacken mal auf. Und let's go. Wow, nur fünf Stück bekommen. Hä? Seit wann zu wenig. Dann warte ich noch neun Stück. Ich bin gespannt. Ah, normaler Pogen mit Unendlichkeit. Nicht so gut. Ey, ich bin so langsam. Ich kann nicht abbauen, richtig. Warum? Ich hab langsam gehalten. Hast du was gegessen oder was? Ja, keine Ahnung. Oh, Rangenschindelhose. Wow, die heißt einfach Rangenschindelhose. Nein, schon wieder die Zombies. Hau ab. So, warte. Ich habe hier Mini-Apple. Ich habe die schon gegessen. Sieht auch richtig cool aus. Aber ich weiß nicht. So viel Sachen habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Ähm, also ich wünsche mir... Ey, warum kommst du rüber? Warum? Was geht? Nein, nein. So knapp. Nein, nein. Fass sie mich. Junge. Ich habe überlebt. Guck mal, wo ich bin. Hä, wo? Was geht? Ey, du musst den Base weg. Nö. Ey, warum hast du einen Appell? Nein. Was geht? Oh, getroffen. Was, dein Glück? Warum bin ich wieder hier? Was bist du? Was geht? Tschüss. Nein. Warum hast du das getan? Warum? Aus Spaß. Was geht? Ich habe keine Ahnung mehr, nix. Gar nix. Da geht Mitte, Alter. Ja, okay. Danke, Bro. Das ist mir die Mitte. Das ist einfach ehrenvoll. Du bist einfach so ein guter Bro, Ente. Guck mal, zwei Brunnen hier. Baumbrunnen. LOL. Guck mal, was wir hier so rauskriegen. Neue, ganz viele neue Äpfel. Ich esse die mal alle. Das gibt nur Regeneration. Okay, dieser grüne Apfel. Wer ist der? Der gibt hier Rüst, dieses Schutz. Noch einer. Der gibt Jampoos, okay. LOL, das sind Bomben. Was? Hä, wie? Nein. LOL, die sehen aus wie Äpfel, aber das sind Bomben. Echt? Granatapfel. LOL. Das explodiert doch gar nicht. Ja, das wird explodiert. Granatapfel. Weird, Alter. Was geht? Was geht? Danke, dass du mir die Mittel lässt. Einfach ein Ehrenmann, Ehrensupporter. Hä? Ich brauche was. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Es wird gerade aufgefallen. Junge, du hast gerade gesagt, du gönnst mir. Bitte. Ja, ich brauche aber trotzdem was. Kannst du mir nicht ein bisschen was abdrücken? Bitte. Noch ein bisschen was. Hier, ne. Was? Da liegt's. Wo? Auf dem Weg. Auf dem Weg nach oben. Was geht? Danke. Bitte schön. 20 Stück, glaube ich. 20 Stück? Ja, jetzt hast du eine Rechnung offen bei mir. Hä? Wie eine Rechnung? Die musst du mir zurückgeben irgendwann. Hä? Was? Ja. So, ich hole jetzt auch Femmes. Mach erstmal, glaube ich, Femmes auf. Die sind alle lag null. Man muss echt aufpassen, was hier rauskommt. Aber ich will noch mal Äpfel aufmachen. LOL. Was habe ich hier? Mini-Goldäpfel. Mal gucken, was gibt die für Effekte. Wow, du zwei Herzen. Ernsthaft. Creeper. Zu viele. Was geht's, Freunde B? Warum? Den G-D-E eine. Gib dir eine. Ja, habe ich gemacht. Ich habe Permanentes, das ich einfach nicht meinen kann. Goldblöcke. Und nein. Hau ab, Creeper. Warum? Warum bist du hier? Hey, noch einer. Was? Alles gut. So, neue Schuhe. Orange Brutes. Die kann man nicht craften. Ich habe da geguckt, aber geht nicht. Eine Rakete. Kommt da irgendwas? Hier passiert ja nichts. LOL. Ein Granatapfel. Wolltest du die auch essen? Ja, ich sehe es da so lecker aus. Ja, Mann, Junge. Das ist richtig gefällig. Junge, ich habe nicht mehr viel. Jetzt kriege ich hier richtig viele Kisten. LOL. Es sind richtig viele Kisten drin. LOL. Die sind alle plus 96 lang. Nice. Ich habe gar nichts mehr wieder. Gar nichts? Hä, bist du raufgegangen? Ja, natürlich. Ich bin das Storben deswegen. LOL. Was geht? Wo? Hey. Was geht? Komm. Granatapfel. OP-Apfel. Nein. Hey, bist du runtergefallen? Was? Runtergefallen? Hä, bist du lustig? Ey, du siehst ja. Was geht? Bist du cool irgendwie? Ja. Hast du Lucky Blöcke für mich? Ja. Ich habe auch Emeralds für dich. Komm. Mach nichts kaputt. Ich gebe dir. Echt jetzt? Ja, ja. Ehrlich? Mach es nicht kaputt. Wirklich? Ja, komm. Gar nicht. Ja, komm. Ehrlich. Da liegt. Hier hat 16 Stück. Echt? 16 Stück? Ich haue sogar ab. Nimm die und haue ab. Warte. Ey. Du frechnach, Mann. Du hast mich bedrohen, Alter. Du hast gesagt, du gibst für Emeralds. Ja, warum killst du mich? Warum hast du alles kaputt? Ich habe gerade so gute Sachen. Du hast alles mein ganzes Leben gestört. Was geht? Ja, Mann. Bitte gib mir wirklich. Ich habe doch gar nichts mehr. Ja, hier. Komm. Bitte gib mir wirklich. Nicht lang. Geh. Gib mir. Emeralds, bitte. Da. Da. Was geht? Hau ab. Was ist das für ein Enchanted-Apfel? Enchanted Glow-Star-Apfel, okay? Wow. Der macht nur Hunger voll. Ernsthaft, Mann. Komm. Ich habe nicht umsonst jetzt den Femmes geholt, weil ich weiß, da gibt es Emeralds. Nein, T. Hat es geleckt oder lebe ich noch? Ich glaube, ich lebe noch. Alles gut. Leute, ich kriege mir auch irgendwelche Äpfel. Samuel-Äpfel. Die sind sogar gut. Nice. LOL, ich muss mich in der Falle besiegen. Hehehe. Also. LOL, Emeralds. Richtig viele. Oha. Komm, du darfst dir die nehmen. Wirklich. Echt? Bei dir? Ja. Warte, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Aber ich habe auch keine. Ich nehme mir nur ein paar Stück davon. Was geht? Ja, nimm die jetzt. Wo? Da oben. LOL, das sind ja welche. Nice. Musst du abbauen? Sag mir, wie viele hast du? Ich habe zwölf Stück. Oh. Ähm. Nimm mal wen schon noch. Ja. Du hast zwölf Stück, Ente? Ja. Willst du mehr? Ja, bitte. Nein. Rennst du mich, Ente, bitte. Hä? Wo bist du? Wo bist du? Das war es mit Maru. Egal, ich habe eh welche gesichert, Ente. Äh, gib mir welche. Ja, ich will jetzt mal ändern schnell. Du hast zwölf Stück, aber ich habe gar keine mehr. Das ist jetzt komplett RIP. Ja. Zwölf Stück, ne? Ja. Guck mal, was ich hier in der Hand habe. Guck. LOL, Emerald-Blöcke. Was geht? Wenn du mich jetzt angreifst, dann wirst du siegen, Junge. Ich, 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 ich will. Dann kriegst du auch alles, oder? Hau ab. Ich habe auch eine Waffe. Du wirst dich eh nicht besiegen. Deine Rüstung ist nicht so stark, wie du denkst. Wollen wir tauschen, okay? Gegen was? Warte, Emerald-Blöcke gegen. Wie viele sind das? Ich gebe dir, ich gebe dir erstmal ein. Ein? Ja. Okay. Gib mir ja noch mehr. Äh, gib mir. Okay, gib. Okay, hier, guck mal. Du meinst schon. Äh, gib, 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 gib. Ich muss ganz kurz mal. Äh, warte mal. Aber du weißt schon, dass das mindestens mehr als zwölf sind. Jetzt gib. Oha, Alter. Gib. Haben nur zwölf Emeralds. Das ist gar nichts. Hier, okay, ich gebe dir nochmal. Fünfzig Stück. Äh, 50. Hier, das reicht für die ganzen. Das reicht für fünf. Tschüss. Nimm die. Ciao, ciao, ciao. Hau ab, Bro. Danke. Tschüss. Ciao. Geh jetzt in der Base rüber, bitte. Ich will dich nicht mehr sehen. Hey, Juro, warum bist du so doof, Alter? Juro, du hast mir so viele Emeralds gegeben. Denk nicht, okay? Juro, ich bin reich. Du hast verloren. Ja, ich will heute mal ein guter Freund für dich sein, Bro. Ja, weißt du, du bist einfach so ein guter Freund für mich. Junge, du bist halt mal ein bisschen so doof. Denk nicht, ich bin ein guter Geschäftsmann. Hä? Gar nicht. Du willst auch noch sehen, wieso. No, warte, ich bin gerade raufgegangen. Ich muss sie gleich verkraften. Warte. Hä? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Du musst wissen, ich bin ein erfahrener, langer, aktiver Geschäftsmann. Und du weißt zwölf. Hängt sie dir ein, das sind bezahlt, das geht nicht. Du weißt, zwölf Emeralds sind so viel wert, weißt du. Hä? Das geht nicht. Warum kann ich die nicht zu Emeralds machen? Ich habe meine Emeralds ein bisschen vertrickst, weißt du. Hä? Was hast du mit denen gemacht? Warum gehen die nicht? Kannst du auch nicht in den Shop gehen? Nein, die nehmen die nicht an. Hä? Die haben einen guten Deal gemacht, glaube ich. Hä? Bitte. Sag mal, warum gehen die nicht? Irgendwas ist faul. Warum gehen die nicht? Hä? Warte mal, ich gebe jetzt. Ich habe auch gerade keine mehr. Gib mir die nochmal. Ich gucke mir das nochmal genau an. Geh dir zurück. Hier. Deine Emeralds sind leider schon ausgegeben worden. Warte mal. Was? Ich kriege sie auch nicht hin. Ey. Geh mir die zurück. Äh, der. Nein. Hey, warum geht die nicht? Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Was? Wie lange geht der Effekt noch? Lange. Ja, ich kann hochschwimmen. Was? Nein. Mein Elf ist kaputt gegangen. Das ist nicht wahr. Nein, ich habe es nicht überlebt. Okay, Ente, komm. Komm zu meinem Bett. Was ist faul? Die Emeralds sind nicht echt. Hä? Wie? Die sind nicht echt. Die sind doch grausche Emeralds. Was laberst du? Gib. Gib die. Gib. Guck mal, kann ich sogar platzieren. Die sehen komplett echt aus. Hä? Ja, die sind doch auch echt. Aber das sind keine. Hä? Wie? Das sind doch welche. Die haben das doch Emeralds. Hier, komm. Besieg mich ruhig. Lass deine Wut in mir raus. Hä? Komm. Was laberst du? Ja, kannst du im Bett erbauen, Ente? Ich habe geschummelt. Hä? Wie? Du hast geschummelt? Hä? Hä? Ich kann der Bett erbauen. Was geht? Junge, was? Wie? Wie der ist dich, ey? Sag doch. Ja, das ist ein Fake Emerald-Block. Was? Der App wird fake. Ja, Ente, ich habe dich halt ausgetrinkt. Das war es jetzt. Hä? Was geht? Nein. Aber bei dem Bett kommst du auch nicht mehr ran, weil ich habe da auch mit uns nicht mal ein Blöcke dran gemacht. So, mit Kuchen kann man sich auch hochbauen. Alles gut. Das war es jetzt, Ente. Bitte. Junge, warum hast du mir gefälschte Emeralds gegeben? Über das Bett kannst du auch nicht mehr zerstören. Ey. Leute, lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Wenn ihr euch endlich gefällt. Mir gefällt ihr auf jeden Fall. Nein. Ja. Tschüss. Da.